Musik In diesem kleinen Lederetui befindet sich eine weitere Geschenknadel, die der Ludwig II. verschenkt hat, in einer anderen Ausführung. Diese Nadel ist mit dem blauen Emmai, was der König so geliebt hat. Und dieses blaue ovale Metaillon hat ein aufgelegtes Spiegelmonogramm L mit der Königskrone. Und diese Nadel ist so um 1880 entstanden. Und diese Ausführung wurde auch nur an ganz besondere Personen verschenkt in dieser kostbaren Ausführung. Leider weiß man da nicht mehr, an wen er die verschenkt hat. Ich konnte sie jedenfalls in Wien erwerben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017